Mit der FHM Online Bibliothek stehen Ihnen als Ergänzung der Präsenzbibliotheken eine große Bandbreite digitaler Medien wie E-Books oder digitaler Zeitschriften zur Verfügung, die Sie lesen und ausleihen können. Das Angebot können alle Studierenden und Dozenten der FHM nutzen. Um zur FHM Online Bibliothek zu gelangen, können Sie sich über Ihren Trainingszugang einloggen. Von der Startseite aus wechseln Sie in den Bereich Lernen. Von hier geht es im linken Menü weiter zur Bibliothek. Hier folgen Sie dem Link weitere digitale Medien, E-Books und digitale Zeitschriften. Ihnen stehen nun die Such- und Ausleihfunktionen der FHM Partnerverlage zur Verfügung. Die Datenbanken verfügen über Stichwortsuchen und sind häufig in Themengebiete unterteilt. So können Sie problemlos durch das Angebot navigieren. Wie die Texte Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von der einzelnen Datenbank ab. Teilweise können Sie die Texte als PDF herunterladen, teilweise sind die Texte nur online komplett zu lesen und nicht oder nur teilweise speicherbar. Sie können in den Datenbanken Literatur zu allen an der FHM unterrichteten Fachbereichen finden. Teilweise können Sie die Texte an der FHM unterrichtet werden. Wie die Texte ist die Texte, die Texte ist die Texte, die Texte ist die Texte, die Texte ist die Texte. Untertitelung des ZDF, 2020